Hallo Coaster Friends! Natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich werde auch jetzt schon nominieren, da wir gleich 20 Meter in die Tiefe stürzen werden. Ich nominiere Mario Müller vom Family Park Neusieter See, Kuhn Bertens von Efteling in Holland und Sören Kragelund von Farub Sommerland in Dänemark. Untertitelung des ZDF, 2020 Alle ZDF, 2020